Musik 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 Wobei Ich geh erstmal zum Boss Fuck Ein Herz kaputt Da und ich kann nicht eigentlich problemlos rankommen, wenn die Masken mich mehr in Ruhe lassen würden So, zweites kaputt Wenn so ganz der Bildschirm frei ist, dann gehts eigentlich auch Meine Fliegen bringen hier nicht wirklich was, weil die Herzen meistens ganz weit weg sind und die Masken halt ganz nah dran Boah Das war gut Aua Ich habe mir selber weh getan Okay, diesmal nicht Ja, ich bin der kleine deswegen Ich habe nicht mit der Schnelligkeit gerechnet die ich jetzt hatte Das war Jet Das war der Dritte Raum, wenn ich mich jetzt nicht erzähle Ja Schon viel besser der Damage als im vorigen Run Da wird Da wird Mahm nachher Probleme haben Oh 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 Dachte ich schon Explodiert neben mir Nein, komm ich nicht hin Die steht da drin Ha Da ist der Boss Raum Seid doch so scheiße Seid doch so scheiße Es war Es war Es war Es ist war Es ist war Ja Flieg aus dem Bildschirm raus Okay Normalerweise Fliegst du doch mehrmals Genau Was 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 ist denn jetzt wieder hier So Special Tactics hier Aus dem Bildschirm rausglitschen Oder was Das haben wir ja gern Kriegen wir jetzt einen besseren Mietklumpen Mietklumpen Boah Ja da muss ich jetzt immer ein bisschen aufpassen dass sie mich nicht hitten hier Also da gibt es noch Geld drin Wenn ich Creed denn besiegen würde Wenn ich ihn denn besiegen würde Jetzt ist die Frage Wo ist der Shop Wo ist Der Rest Okay Benutze ich mein Buch Ich habe gehofft dass da mehr Räume kommen Die Nicht bevölkert sind Dass ich einfach so durchlaufen kann Den war nicht so Wichtig ist halt echt einfach Dass man die Bücher immer Einsetzt Bevor man Ah Wieder was von Chat Ja es scheint alle drei Räume zu sein Ach, nö. 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 Ihr kesselt mich ein. Ist doch so unfair. Ja, genau. Hey, ich verliere all meine Herzen hier. Das ist wie im vorigen Run. Ah, wie ist das doof. Den Raum lasse ich mal noch. Dann gucken wir mal kurz nach oben. Da ist nix so wirklich. Nur so ein Greed-Heini. So zwei. Die habe ich beim letzten Mal weggesprengt. Aber mit deinem Damage sollte es eigentlich möglich sein, die auch normal zu töten. Genau. Ohne reichlich der mehr zu bekommen. Halbes Herz. Da oben ist auch wieder nichts. Das heißt, Shop ist da hinten. Irgendwo. What? Hab ich schweckt Rahl? Nö. So, erstmal die, die einfacher Kampfort gehen, weg machen will. Achso, Fliegen. Ja, ich habe ja immer noch die Fliegen. Von der Challenge. Das war wieder Jet. Oh, ich sehe auch jetzt, was wo ist. Okay, cool. Und so, da ist der Shop rechts unten. Yay, Bombe. Und ich habe nichts gebracht. Außer mir Damage. Nein, nicht einsammeln. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht einsammeln. Ich brauche Geld. Ich muss zu Greed. Koste es, was es wolle. Ich muss zu Greed. Ich würde auch gerne das da haben, aber... Meine Fliegen gehen an dem Kaputt. Okay. Ich habe genug Herzen, also das ist nicht so das Thema. Ich kann auch noch in den Raum nach unten gehen. Ich muss zu Greed. Ich brauche noch sieben Münzen. Heißt, ich muss hier Greed töten. Ohne... Okay. Damit bin ich auch zufrieden. Denn jetzt kostet es nur die Hälfte. Somit kostet es nur sieben. Und sieben... Ist, wie wir wüssten... Weniger als neun. Haha. Und ich hätte das Buch nicht benutzt, nur sagen. Achso. Stimmt, ja. Brauche ich noch eine Münze. Brauche ich noch irgendwoher eine Münze. Ich könnte natürlich die anderen Räume noch abklappern. Aber... Ich habe eine Guardian Angel. Ich habe einen Meat Boy. Ich habe einen Chat, der mir immer wieder Leben gibt. Das heißt, das Problem hat mich eigentlich nicht auch beseitigt. Wart mal. Ich kann auch so machen. Wart Chat! Lass das! Ah, die Kiste auch noch was befreit. Ich hole mir mal... Es kommt noch nicht ein Marm. Es kommt noch ein anderer Gegner. Ich hoffe, ein relativ leichter. Also es könnte Death sein. Hoffe mal, dass es noch Death ist. Wie viele Räume sind das eigentlich noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hat das ne Aufladung? No. Oh mein, die Boss... Hab ich doch schon wieder gesehen, oder? Da ist doch schon ein Herz drin. Das muss ich echt überlegen. Hm. Ich weiß, dass da halt ein Challenge-Raum ist. Das Buch bringt mir nicht wirklich was, wenn ich das noch weiter benutze. Weil... Es einfach nicht ganz aufgeladen wird. Mir fehlen... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mir fehlt ein Raum. Ich gehe in die nächste Ebene. Ja, die... Ich weiß, die Kerze kennt man schon aus dem anderen Part. Aber... Kennt man die aus dem anderen Part? Hab ich das schon mal gezeigt? Oder war das... Privataufnahme? Wo ich noch nicht veröffentlicht habe, oder irgendwas. Weiß ich gar nicht. Müssten wir mal gucken. Oh, Münzen, Münzen. Beim einen hatte ich... Äh... Extreme Damage mit Laser. Beim anderen bin ich gestorben. Das weiß ich noch. Mikropoles. Rechts unten oder links? Das ist immer das Problem, wenn man nicht weiß... Oh. Hallo, Bettler. Ich hab sechs Münzen für dich. Och, Mann. So? Hey, das gibt's doch nicht. So ein Millimeter zu weit weg. Wenn sie will ich auch nicht wegschreien. Ich hätte gern was von dir. Schlüssel? Nö. Ja! Das wär super mit dem Book of Revelation gewesen. Hier ist es jetzt Kacke. Das ist der größte Rotz, den ich... ...bekommen könnte. ...bekommen könnte. Also, ich hab nix gegen den Akku. Aber er bringt mir mit der Kerze einfach nix. Also so rein garen, nix. Ich weiß gar nicht, wie weit ich überhaupt spielen muss. Muss ich Mams Hard töten oder muss ich mehr machen? Ja, kommt noch weiter auf mich zu. Wer zu nah rankommt, kriegt's mit der Kerze zu tun. Ist... ist das... Aha. Wow, okay. Das lädt halt nochmal ein bisschen schneller auf dann. Jetzt haben sie wahrscheinlich mal irgendwann gepatcht, weil einer so gesagt hat... ...nö, der Akku bringt ja nix für die Kerze, ne? Wow. Skilly! Ähm. Ich hab sechs Münzen. Ich will gar nicht zu Mams. Also, noch nicht. Ich will erst noch so gucken. Vielleicht find ich... Genau, ich sammle jetzt was ein, was dann gleich wieder weg ist. Nicht. Ja, ja. Kleiner, dicker, schneller. Ich muss immer ein bisschen auf die Karte achten. Nicht, dass mir dann mal was angezeigt wird. Wo was ist? Oh, ein Gehirn. Ein Gehirn. Ja, das geht... Das geht richtig schnell jetzt mit dem Akku. Also noch schneller als sonst. Ich hab auch extrem schnelle Feuerrate. Ich weiß nicht, woher die kommt. Habe ich da irgendwann mal was eingesammelt, was jetzt nochmal gebracht wird. Ich will noch an die Pille. Also da geh ich nochmal noch nicht rein. Bringt mir grad eh kaum was. Holy moly. Oh, der hat mir aufgesprengt. Das finde ich nett. Das ist mir egal. Das ist eine Trollbombe. Yay. Und eine Coin. Die nehm ich gern mit, weil für sieben, wissen wir, gibt's Items. Doch zu überprüfen. Ja, da ist er auch schon. Ich mach auch so viel Schaden grad irgendwie. So schnell und so viel. Ohne Pille. Bitte. Bombs-Arkis. Okay. Ne Bombe mehr. Sag ich nicht nein zu, weil ab hier gibt's eh keine Shops mehr. Uh, ein Kompass. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber. Will ich den Kompass oder ein Herz? Ich will ein bisschen mehr Leben haben. Ah, ich will den Kompass auch. Kacke. Ich hätte mir den Kompass holen sollen gleich. Das muss ich noch nach Geld suchen. Also, das kann mir jetzt niemand erzählen, dass die Kerzen nicht schneller auflädten. Eine Coin. Noch zwei. Noch eine. Noch eine Coin. Okay. Hm. Kann ich so rüber? Kann ich so runter? Das wird echt doof. Wenn ich das hier sprengen. Wird immer doof, ne? Ja, ich versuche aber den einen Stein dann nicht zu machen, damit ich wenigstens in den Challenge rauben kann, ohne dass mir was passiert. Ein Schlüssel. Ja. Ja.